Hallo, heute ist 17. August. Hola! Heute ist 17. August. Wir sind in Canberra. Wir sind in Canberra. Wir sind in Mount Eisley. Wir sind in Mount Eisley. Und wir haben, heute wir sind allein, wir haben Freunde mit uns. Wir sind mit uns. Wir sind mit einem Freund. Und jetzt presentieren wir uns. Wie sich vorstellen. Hola, ich bin Alice. Guten Tag, ich bin Michelle. Wir sind von Canberra. Und jetzt zeigen wir die Vistos von Canberra. Das ist das Blanke, das ist der Parlament. Und es ist... Wir sind ein bisschen in der Erde, so dass die Leute nach oben gehen können. Das ist ein Symbol der Humildad, der politiker australianische Politiker. wir sind übernommen. Wir sind bei uns, wir sind hier ein Lager. Und wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Und da war.